Unglaublich, wie peinlich Nancy Faeser ist. Eilmeldung. Faeser legt sich mit den Bauern an und blamiert sich komplett. In einer Rede, die Comedy-Schreiberlinge vor Neid erblassen lassen würde, hat Innenministerin Faeser die Lachmuskeln der Nation trainiert. Ihr Auftritt bei all den aktuellen Bauernprotesten war so amüsant wie ein Zirkusclown auf Stelzen. Faeser brachte eine spritzige Mischung aus Arroganz und Inkompetenz auf die Bühne. Als sie die Bauernproteste als undemokratisch bezeichnete, konnte man förmlich hören, wie die Kuhglocken im ganzen Land vor Lachen schelten. Als wäre das nicht genug, zweifelte sie auch noch die Legitimität der Proteste an, als ob sie selbst das Patent auf politische Richtigkeit besäße. Doch halt, der Comedy-Abend ging weiter. Sie versuchte, die geplanten Verkehrsblockaden als sinnlos darzustellen. Da fragt man sich, ob sie jemals in einem Stau feststeckte und die Sinnlosigkeit des urbanen Verkehrsleits erlebte. Aber der Höhepunkt des Abends war zweifellos, als sie vor einer möglichen Unterwanderung der Proteste durch Rechtsextremisten und anderen demokratiefeindlichen Gruppen warnte. Wirklich, Frau Faeser? Sie machen die Bauernproteste zum Schauplatz einer James-Bond-Verschwörung. Da fehlt nur noch der Superschurke mit dem kuhgesichtigen Sidekick. Die Reaktionen auf Faesers Comedy-Show sind nicht zu überhören. Die Nation lacht sich kaputt und fragt sich, wie man so peinlich sein kann. Die Forderung nach ihrem Rücktritt klingt immer lauter und man könnte fast meinen, dass es eine neue Karrierechance für sie gibt. Als Stand-up-Comedian. Ein zentraler Kritikpunkt an Faeser ist, dass sie als Innenministerin in der Vergangenheit wenig für die Lösung drängender Probleme in Deutschland getan hat. Aber hey, wer braucht Lösungen, wenn man so gut darin ist, die Nation zum Lachen zu bringen? Die Bauernproteste sind ernst. Aber Faesers Auftritt war ein Comedy-Act für die Geschichtsbücher. Die Diskussion um die Proteste und die Subventionskürzungen wird sicherlich weitergehen. Aber eines ist sicher. Nancy Faeser wird in die Geschichte eingehen, als die Innenministerin die Deutschland zum Lachen brachte, ohne es zu wollen.